Mein Zimmer. Bitte wässt nach. Meine Zimmer ist klein. Das Bett ist groß. Und der Schrank ist klein und gelb. Der Stuhl ist schwarz und klein. Die Lampe ist groß und gelb. Sehr schön. Wer möchte noch? Adash, bitte. Mein Zimmer. Das Bett ist links und es ist rechts. Der Schreibtisch ist links und ist groß. Der Fenster ist vorne und ist hell. Die Lampe ist rechts, links und ist groß. Das Fenster und nicht der Fenster. Ja? Gut gemacht. Gute Arbeit. Ok. Victoria, bitte. Schön. Dein Zimmer. Mein Zimmer ist groß. Dort ist das Sofa, das Bett, der Schreibtisch, der Stuhl und der Teppich. Und das Fenster. Das Bett ist groß und bequem. 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 Der Teppich ist groß. Der Schreibtisch ist klein. Und der Stuhl ist bequem. Bequem auch. Schön. Gut gemacht. Ok. Wer möchte noch? Ok. Danke schön. Ok.